Ich wollte einmal fragen, ob es überhaupt einen einheitlichen anglo-sächsischen und deutschen Raum der Queer Studies gibt und wenn ja, was sind so die großen Unterschiede? Also wenn es immer eine Befreiungstheorie ist oder eine Theorie, die Befreiung thematisiert, kann es da überhaupt große Unterschiede geben? Nach der Trennung, also inwieweit das wirklich als so getrennte Fälle überhaupt betrachtet werden kann, weil Befreiung ist Befreiung und es gibt ja natürlich eine US-Rankensche Befreiung. Trotzdem ist es ja so, dass nochmal in verschiedenen lokalen Kontexten wird es ja durchaus nochmal anders ausbuchstabliert. Also in den USA zum Beispiel knüpft es an eine Bewegungsgeschichte, die es so gar nicht gab. Also nehmen wir vor allem die Black-Power-Bewegungen, Bürgerrechtsbewegungen, wo es auch viele Überschneidungen gab, dann mit einer queeren Theorie-Bildung oder auch aktuell sozusagen. Das ist ein starkes Zusammengehen zu beobachten. Das finde ich überhaupt einen ganz interessanten Punkt noch. Also der nochmal zeigt, dass heute auch die Bewegungen anders funktionieren, die queere Inhalte und queere Positionen auch stärken und vorantreiben. Also sie sind nicht mehr nur in Anführungsstrichen gesehen in sozusagen so isoliert gedachten LGBT-AQ-Bewegungen, sondern sie diffundieren in andere Bewegungen auch rein. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass trans Personen in allen möglichen sozialen Bewegungen ja eben auch präsent sind. Und von daher würde ich sagen, ja, also natürlich gibt es trotzdem eine große Nähe zwischen genau diesen beiden Kontexten jetzt, Deutschsprachig und USA oder Englischsprach. Da ist natürlich eine größere Nähe als jetzt etwa zum Beispiel zwischen Nähseiern. Das ist einfach jetzt aus der Luft gekommen, nur um irgendwie so einen Kontrast zu machen. Ja.